Edler Ritter Quadtrek, wollen Sie im Zweikampf gegen mich mit meiner Lanze, mit meiner Waschlanze antreten? Nein? Na gut. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Partletzpläule Landwirtschaft zum Lader 15 mit mir dem, wieso sag ich das eigentlich, ich weiß doch wie ich heiße, ja ich sag's einfach mal, Agrarfe-LP. Okay, heute habe ich mal was ganz Spezielles für euch rausgesucht und zwar nicht nur Groppern, sondern Groppern über Dimensionen. Erklär's gleich. Und aber nur weil wir keine Hobbys haben. Oder geschweige denn, weil ich zu viel Geld und zu wenig Hobbys hab. Genau, jetzt tun wir ja aber erst mal unsere Maschinerie waschen. Die ist dreckig. Und das dauert ja alles ein Stück. Dann noch das Vogel in Notzeichen. Großer, großer Flug. So. Na komm, ja sauber. So. Das darf reichen. Dann steigen wir mal ein in das große Kätzchen. So. Und zwar gab's heute auf Mod, hast du einen wunderschönen Mod. Oder besser gesagt, wenn ihr das Video anguckt. Gestern. Wenn ich das richtig hochladen. Ach nee, nee. Doch. Doch gestern. Wenn ich das richtig hochladen, dann ist es gestern. Und zwar gab's da einen Lemken-Juwel. Ne Quatsch. Eine Lemken-Rubin. Irgendwas. 6100 glaube ich. Neun. Neun 600. Genau. Da hab ich schon mit reingenommen. Das ist eine 6 Meter Ecke. Die ziemlich geil ist. Die hat's mega drauf. Und deswegen werden wir heute schon mal einen Großeinkauf machen. Und zwar wird heute ein Case IH Puma 165 CVX kommen. Ein Case IH Magnum 380 Roadtrack. Ein Lemken Heliodor Gigant Gruber. Und ein Lemken-Rubin. Ich hab's wieder vergessen. 9600. Das wird geil. Das verspreche ich euch. Genau. Dann tätigen wir uns mal unseren Großeinkauf. Und dann mache ich vorher erstmal Katsching hier. Katsching. Mystische Hand hat uns Geld verleiht. Verliehen. Auf gut Deutsch gesagt. So. Dann gucken wir mal. Halt. Das war zu schnell. Hier ist er. Mit Roadtrack Control den wir aber haben. Da hat er uns ein ganz schönes Loch ins Portemonnaie gefressen. Mit seinen 314.000 Euro. Ja hier da kann man da zeige ich noch was da kann. Das sind eigentlich dasselben hier. Aber da mit Roadtrack Control da ist immer noch ein bisschen anders. Da kann nämlich die Ketten aus und einfahren. Das zeige ich euch noch. Alles der Reihe nach. Alles der Reihe nach. Und dann holen wir noch ein 165 CVX. Gut. Haben wir. Dann fehlen nur noch die großen Gruppe. Da haben wir ja schon mal den Lemken Rubin 9600 KUA. Den holen wir uns noch. So. Und den großen Heliodor Gigant. Und nein. Ich glaube der ist nicht mit dem hier. Äh. Ich weiß es nicht. Ich dachte nicht. Aber eigentlich. Könnten wir mal gucken. Das interessiert mich. Holen wir mal mit. Die Taradiske. Die kann man dann wieder verkaufen. Stecken wir mal ein. Mach jetzt mal ein bisschen schneller her. Gott. Da ist er. Ähm. Zum Grunde genommen. Sieht das eigentlich. Gleich aus. Das Gefühl. Von vorne sieht es gleich aus. Von hinten natürlich sind die Packerwalze hier anders als bei dem hier. Und wenn schon. Dann ist es mir wurscht. Ist trotzdem ein schöner Gruppe. Ich dachte. Auf dem Motto ist er stand nämlich neu aufgebaut. Und deswegen. Dachte ich das neu aufgebaut. Oder denke ich. So. 380 Magnum mit Roadtrack. Hinten. Kettenlaufwerke. Sieht man wunderbar. Und dieses. Äh. Kuppel. Vierecken dran. Ich weiß nicht. Das hat einen ganz speziellen Namen. Ich glaube das ist Kategorie 5. Dürfte das sein. Kategorie 5. Kuppeldreieck. Und jetzt zeige ich euch mal was da kann. Was der andere nicht hat. Und zwar das hier. Das ist die Roadtrack Control. Dass du praktisch die. Kettenlaufwerke ausfahren kannst. Kann man auch wieder einfahren. Ein und ausfahren. Das ist geil. Das macht den natürlichen Bergischen Gelände sehr sehr stabil. Wenn man das so ausfahren kann. Und deswegen haben wir uns den gekauft. So. Also wenn man hinten sieht. Da hat auch hinten eine ganz andere Ankopplung. Technik als unser anderer 380er Magnum. Und der hat noch ein paar Funktionen mehr. glaub ich. Der hat hier die Türe. Der hat hier die Türe. Die Armlehne. Die hat der andere zwar auch aber. Gutes trotzdem. Der hat nämlich hier diese. Nicht diese Wandhafen. Sondern hier diese. Warn. Ja. Bis jetzt vielleicht diese Warn. Streben dort. Mit Blinker. Der funktionieren. Also. Das funktioniert. So. Ich würde sagen. Wir fangen erst mal an. Mit dem Roadcheck. Und dem Heliodor Gigant. Hier oben. Das kleine Feld zu machen. Und dann mal schauen. Wie werden wir kommen. Dann werden wir mit dem. Mit dem anderen. 165er CVX. Und dem Rubin. werden wir dann oben das kleine Feld machen. Groben. Die Stöppel stürzen. Genau. Ja. Der andere hat Wandhafen. Daher hat diese Streben. Es. Fetzt beides. Ich glaube das ist sogar eine amerikanische Version. Die sonst. Deutsche. Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Weil in Deutschland gibt es diese Wandhafen. Anstatt diesen Wandstreben. So. So. Jetzt wollen wir hier. Das ist mir vollgepflug. Der einmal grobern. Wir voll geackert. Und deswegen. Hauen wir mal das hier raus. Das sieht so geil aus. Und dann haben wir das hier noch raus. Machen das aus. Und dann gibt's Gommi hier. Dann gibt's Gommi hier. Dann gibt's Gommi. Das funktioniert. Das funktioniert. Die Frau hat sich ein. So. Geschächtig. Ich habe gedacht, dass da wir uns sensibel ist. Das sind schon mal. Ja. Sicherlich. Das ist mit dem Weg. Robert Tracker. Das ist geil. So. Das ist geil. Ich bin zu. Die Frau hat uns gemerkt. Das ist nicht mit der воздуhennance-burg. Das ist gauweise. das habe ich auch so noch nicht gesehen, dass es sowas gibt, dass man die Spur verstellen kann, dass es mal was geiles ist, also hoot ab an Casey hier, ich weiß auch nicht, ob es etwas erfundenes ist oder ob es es wirklich so gibt, aber was außergewöhnliches ist es definitiv, müsste man, wäre vielleicht mal sinnvoll zu googeln, weil das interessiert mich, ob es dieses WorldTrack Control wirklich gibt, ich weiß definitiv, dass es diese Traktor als RoadTrack normal gibt, das weiß ich definitiv, da sind teilweise dieses Jahr erst rausgekommen, ich glaube der 380er ist definitiv dieses Jahr erst rausgekommen mit RoadTrack, dachte ich zumindest, kann auch sein, dass er schon länger draußen ist, aber da wurde, glaube ich, dieses Jahr auf der Architechnica vorgestellt und ich bin mir ganz sicher, spart er leider nicht, ich finde einfach keinen Weg nach Hannover zu kommen, und mit der Bahn, mit dem Zug da war das ewig lange und das lohnt sich dann nicht, also da müsste ich mindestens 3-4 Tage dort drüben bleiben, um alles zu sehen und das als Einzelperson da ist es immer ein bisschen schwieriger vor allem wenn du keinen hast, damit ihr hinfährt eigentlich habe ich mir zum Geburtstag mal gewünscht, dass ich mal mit meiner Familie auf der Architechnica vor weil das ist immer sehr interessant, aber meine Familie, die interessiert das einfach nicht und deswegen ist das dort auch sehr schwer dort hinzufahren ja mit meinem Landwirt, der bei dem ich abends immer auf dem Bauernhof helfe teilweise abends da fährt er auch nicht mehr hin, weil das ist ihm einfach zu viel da ist er auch schon ein bisschen älter wenn, dann fährt er meistens nach Leipzig da würde ich ihn auch immer gern begleiten ich war bisher nur einmal auf der Architechnica in Hannover das war die Architechnica vor zwei Jahren, also die letzte, nicht dieses Jahr, sondern die davor da war ich noch bei dem alten Landwirt, bei dem anderen ähm ähm mittlerweile bin ich bei einem Neuer bei einem Größeren na der hat mich da mitgenommen also ich bin, mit dem alten Landwirt bin ich immer gerne auf solche Messen gefahren da haben wir auch mal was am Wochenende gemacht und so sind wir mal auf kleine Ausstellungen John Deere, Klasse, alles irgendwie mal durchgehabt mit Fendt Ausstellung von Wormer in Mechelgrün war mal, wir waren auch teilweise schon sehr oft in Leipzig auf der Messe auf der Leipziger Landmaschinenmesse ähm ja also wir waren bis leider nur einmal auf der Architechnica das sind wir früh um vier losgeeimert und waren dann pünktlich zu wir waren sogar überpünktlich zur Eröffnung da das war schon geil das muss, das kann man nicht bestreiten Architechnica ist schon was feines, also das fetzt Architechnica das ist so groß und alles und wir sind da ein durchgerammelt wirklich durchgerannt sind wir da für mich wenn wir einfach keine Zeit haben wir morgen wieder mit der Nachbar und mit der Zuhause ja das hat schon lange gedauert bis man mit der Zuhause machen weil bis nach Hannover vom Großraum Zwickau bis nach Hannover das ist ganz schön still jetzt bist du auch wohl schon nicht ganz genau aber ihr wisst du mich Großraum das ist Großkreisstadt Kreisstadt Zwickau in Sachsen dann steht aus misst und schon mit den Kugeln steht auch in Atlanten drin für welche die noch ein bisschen altmodisch sind große Kreisstadt Zwickau dort kann man mich suchen vielleicht für noch nicht ich denke es auch nicht das wäre nicht groß ich würde auch nicht direkt entzwingen also ja das funktioniert hier biefall automatisch ich brauche nix zu machen das ist genial einfach nur umlenken jetzt funktioniert das ja auch mit den Rauben wieder das sieht so geil aus mega wenn man die Rauben so seitlich raus stellen kann so ist normal und so ist rausgestellt so kann man die Auflagefläche nochmal um die Hälfte hier das ist jetzt genau dahinter so und das hier ist um die Hälfte der Rauben raus um die Hälfte der Breite Rauben rausgestellt das ist natürlich praktisch auch im deutschen Landwirtschaftsraum weil wenn ihr das vielleicht kennt oben im Mecklenburg-Vorpommern im Norden gibt es ja auch riesengroße Felder und riesengroße Landwirtschaftsbetriebe die solche Traktoren haben und in Deutschland gibt es ja diese doofe Angewohnheit oder dieses Gesetz was es veruntersagt mit Zwillingsbereifung auf Straßen ohne passendes Begleitfahrzeug zu fahren und hier ist sowas natürlich praktisch wo man einfach auf der Straße so fährt ganz normal wie es die Breite hergibt und auf dem Feld fährt man einfach hydraulisch die Achsen raus oder elektrisch oder was auch immer ich weiß nicht wie die verschoben werden keine Ahnung aber ich denke hydraulisch das ist genial ich nenn es jetzt mal Achsenverschieden es heißt natürlich Road Track Control das ist natürlich geil das ist sehr praktisch da hat sich Casey Hoffmann generell für deutschen Raum und auch für vielleicht amerikanischen Raum keine Ahnung wie sie es abgesehen hatten ein perfektes Großfahrzeug der Landwirtschafts gebaut so also ja das gibt es schon ziemlich zackig mit dem Körper das ist auch einfach mal riesengroß und ich denke jetzt hat sich der Boden noch so ein bisschen erholt mit dem und immer umgeagert hat das ist natürlich auch was Feines so das war mal hier wieder ein bisschen in Ansicht natürlich auch hier mit animiertem Joystick ziemlich geil Tacho Oh, das ist schon Magnum-Style hier. Das ist schon gut so. Gut. Dann haben wir die... Für diesen Port hier hat das auch schon fertig. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin Astralin, ja. Also abonnieren, liken und feedback bitte nicht vergessen. Konstruktive Kritik, Anregung, München und Frauen mit dem Kommentarbereich. Und dann sehen wir uns mit unserem riesengroßen landwirtschaftlichen Amphibienfahrzeug hier wieder. Amphibienfahrzeug ist es eher weniger, aber es ist auf jeden Fall groß. Na gut, damit danke ich mich bei euch. Und ja, macht's gut, Leute. Schaut mal bei meinen anderen Kanälen mit vorbei. Damit danke ich mich. Macht's gut. Tschüss.